Sind die aktuellen Kurse eine historische Kaufchance oder wird doch noch alles viel schlimmer? Gleich dazu mehr in unserem Krypto-Rückblick 2018. Herzlich willkommen bei unserem YouTube-Kanal Krypto-Report. Mein Name ist Alexander Mittermeier und bei uns geht es um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Und ja, ich hoffe, ihr habt Heiligabend genossen und seid hier reich beschenkt worden. Hattet eine gute Zeit, denn der Kryptomarkt war alles andere als eine schöne Zeit im Jahr 2018. Ihr habt das sicherlich mitbekommen. Also der Markt hat hier massiv korrigiert. Es ist ja deutlich nach unten gegangen, wenn ich hier kurz diese Grafik einblenden darf. Also wir sind hier von über 800 Milliarden Dollar auf knapp 100 Milliarden Dollar im Dezember gefallen. Also eine massive Kurskorrektur. Und hier stellt sich natürlich die Frage, was sind die Gründe für diesen massiven Einbruch? Es ist ja so, wie so immer, gibt es hier mehrere Gründe. Zum einen ist es natürlich so, dass hier der Markt im Jahr 2017 enorm geboomt hat. Also Bitcoin hat hier um 1000% zugelegt. Andere Währungen wie Ethereum sogar um 10.000%. Bei Ripple bzw. XRP ging es sogar um 30.000% nach oben und bei NEO sogar um über 50.000%. Es ist also nicht verwunderlich, wenn hier diese parabolischen Kursanstiege, die nur nach oben laufen, letztendlich korrigiert werden. Wenn eben erst Investoren hier verkaufen und Gewinne mitnehmen, dann ist es klar, dass hier eine Korrektur einsetzt. Und ja, das Ganze in einer Art Treppeneffekt nach unten geht, wenn eben Anfänger zu spät einsteigen und hier mehr oder weniger aus dem Markt dann gewaschen werden, weil sie einfach ihre Verluste dann begrenzen wollen und dann ebenfalls verkaufen wieder. Und dann geht das Ganze immer weiter nach unten. Aber das ist nur ein Grund. Also diese hohe Bewertung Ende 2017. Ein anderer Grund ist natürlich auch, dass hier viele Projekte viel versprochen haben. Viele ICO-Projekte haben das Blaue vom Himmel versprochen. Gehalten wurde aber nichts. Es wurde teilweise nichts geliefert. Und hier ist es dann wenig verwunderlich, wenn der Markt dann hier eine Korrektur, eine Bewertungskorrektur vornimmt und einfach diesen Wert dann aus dem Markt rausnimmt. Und das hat man hier einfach deutlich gesehen, dass hier bei einigen Blockchain-Projekten wenig Substanz dahinter steht. Und die werden meiner Meinung nach auch diese Krise oder Korrektur, die wir momentan auch sehen, nicht überleben. Jetzt ist es so, was kann man hier Positives mitnehmen aus dem Jahr 2018. Also für mich war es jetzt nicht so schlimm, das Jahr 2018. Denn ich habe im zweiten Halbjahr nicht mehr so viel gekauft im zweiten Halbjahr 2018, sondern meine Positives schon in erster Linie im ersten Halbjahr 2018 aufgebaut. Und ich habe ein paar erfolgreiche ICO-Teilnehmernamen vorweisen können, zum Beispiel Elastus habe ich gut verkaufen können oder auch D-Market und so weiter. Es war damit nicht ganz so schlimm für mich, aber es ist natürlich frustrierend. Ich kann viele Anlieger da draußen verstehen, die hier sagen, ich möchte hier nichts mehr mit Kryptowährungen zu tun haben. Das fällt ja nur und so weiter. Es ist ganz klar, dass es hier in irgendeiner Weise natürlich frustrierend ist, wenn der Markt hier die ganze Zeit fällt. Aber es ist auch irgendwo eine normale Korrektur, die einfach die schwachen Projekte aussiebt aus dem Markt und damit eine, sage ich einmal, gesungene Wirkung auch hat, damit hier die wirklich starken Projekte sich dann durchsetzen. Und die werden das auch machen. Also meiner Meinung nach ist es hier eine Parallele zur Internetblase in den 90er Jahren, in den späten 90er Jahren. Auch hier waren viele Luftnummern dabei, sage ich jetzt einmal. Aber durchgesetzt haben sich einfach dann später Projekte wie Amazon, Facebook, Google und so weiter, eBay. Und ich denke, dass es ähnlich im Kryptomarkt auch sein wird. Also dass es hier eine Handvoll Projekte geben wird, die sich hier dann letztendlich durchsetzen werden. Ob das dann der Bitcoin ist, Ethereum, Ripple oder ein anderes Projekt, das muss man hier erst einmal abwarten. Aber auf jeden Fall, was man hier meiner Meinung nach als positive Entwicklung aus dem Jahr 2018 mitnehmen kann, ist, dass zum einen die Zahl der Kryptonutzer sich trotz dieser Marktschwäche verdoppelt hat. Also von 18 Millionen auf 35 Millionen verifizierte Kryptonutzer. Und wenn man allein Blockchain.com anschaut, allein die Bitcoin-Wallets auf Blockchain.com, ist zuletzt über 31 Millionen gestiegen. Also es steigt immer weiter. Also immer mehr Nutzer kommen hier in diesen Blockchain-Bereich rein. Und das ist meiner Meinung nach schon eine sehr positive Entwicklung. Auch bei Ethereum war es so, dass zuletzt die Marke von 50 Millionen Wallets geknackt wurde. Also es geht auch bei Ethereum weiter nach oben, obwohl man hier diese Skalierungsprobleme nach wie vor hat. Also sowohl das Konstantinopoul als auch das Casper-Protokoll hat sich hier auch verschoben. Und man hat hier Probleme mit Sharding, dieses ganze Skalierungsnetz oder diese Technologie hier zur Marktreife zu bringen, wird wahrscheinlich erst 2020 kommen. Also nochmal kurz, Sharding ist also die Unterteilung der Blockchain in mehrere Untergruppen, dass man hier dann parallel Transaktionen abwickeln kann. Aber das ist so das, was man hier mitnehmen kann. Also zwei positive Sachen. Meiner Meinung nach, wie gesagt, eine gesunde Marktkorrektur, die einfach erforderlich war, um hier diese schwachen Projekte aus dem Markt zu befördern. Und natürlich auch diese positive Entwicklung mit den Kryptonutzern und den Wallets. Die kann man hier auch positiv sehen. Und was hier noch zum Schluss, zum Jahresende noch ein kleines Schmankerl war, meiner Meinung nach ist, dass es Blockstream geschafft hat, hier einen fünften Satelliten an den Start zu bringen, wodurch man jetzt aus dem All im Endeffekt die Bitcoin-Blockchain streamen kann. Und das bedeutet, dass man hier nicht mehr auf das Internet angewiesen ist. Also auch wenn einige Herrschaften meinen, wir schalten jetzt den Bitcoin ab, indem wir einfach das Internet abschalten, wird hier nicht mehr funktionieren, denn man benötigt eigentlich bloß einen einfachen Receiver. Dann kann man hier mit der Bitcoin-Blockchain kommunizieren. Und dann soll es auch im Januar 2019 soweit sein, dass man hier auch verschlüsselte Nachrichten verschicken kann über das Bitcoin-Netzwerk. Und das ist meiner Meinung nach eine ganz, ganz große Leistung vom Blockstream, dass man hier das geschafft hat, dass man hier weiter diese Zensurresistenz wahrt und hier weiter unabhängig bleibt. Und das ist, glaube ich, schon zum Jahresende ein versöhnlicher Jahresausklang, sage ich jetzt einmal, obwohl das Jahr natürlich nicht besonders toll war. Das muss man ja auch ganz klar und ehrlich sagen. Dann zu unserer Frage ist das, sind das hier schon Kaufkurse? Meine persönliche Meinung, dass es keine Anlageberatung sind, diese Kurse durchaus, wenn man das langfristig beachtet, wahrscheinlich hier Kaufkurse, die wir hier sehen, im Bereich von 100 oder 120 Milliarden Dollar, wo wir jetzt bei der Marktkapitalisierung stehen. Und ich denke, dass in Zukunft wir in langfristig drei bis fünf Jahren gesehen durchaus höhere Kurse sehen. Dann hätte mich natürlich auch eure Meinung zu diesem Thema interessiert. Wie seht ihr das oder wie habt ihr das Jahr 2018 gesehen? Was fandet ihr besonders toll oder eben besonders schlimm? Bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten noch ein kurzer Hinweis zu unserem Krypto-Report. Also wir analysieren jede Woche immer die Top-Kryptowährungen wie Ethereum, Bitcoin und so weiter. Und ihr könnt hier von unseren Laser-Vorteilen profitieren, denn wir haben zum Beispiel früh genug gesehen, dass Ethereum hier unter die Marke von 100 Dollar gerutscht ist. Und wir machen hier auch immer Chart-Analysen, wo ihr sehen könnt, wo die aktuellen Trends sich hinbewegen. Dann würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und natürlich könnt ihr meinen Kanal abonnieren, wenn ihr wollt. Und auch das Glöckchen drücken, wenn ihr wieder informiert werden wollt, wenn wieder ein neues Video von uns erscheint. Dann sage ich schon einmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund bis ins neue Jahr 2019.